Franz von Stuck malte Die wilde Jagd, als er etwa 25 Jahre alt war. Unten links im Bild vermerkte er Mein erstes Ölgemälde. Bis dahin war er vor allem als Illustrator tätig. Schon während seiner Ausbildung an der Kunstgewerbeschule nahm er gut bezahlte Auftragsarbeiten an. Sein Ziel war jedoch die Malerei. Er versuchte, wie er selbst sagte, sich nebenbei allmählich durch einige Pastelle in die Malerei hineinzuschmuggeln. Allerdings blieb Stuck im Kunstgewerbe verwurzelt und wurde nicht nur Illustrator und Maler, sondern auch Bildhauer, Architekt und Innenausstatter. Die Themen seiner Kunst kreisten um mythologische und biblische Stoffe. Der Kunsthistoriker Richard Mutter umschrieb Stucks Werk schon 1894 mit Schlagworten wie Fruchtbarkeit und Vielseitigkeit ohne Gleichen, heitere Grazie und dämonisches Grausen. Die Protagonisten der wilden Jagd sind Geisterreiter und ein Totenheer. In verschiedenen europäischen Volksmythen wird diese unheimliche Meute beschrieben, die in dunklen Nächten geräuschvoll durch die Lüfte zieht. Die romantische Dichtung liebte das Motiv. Heinrich Heine schildert in seiner Verserzählung »Attertroll, ein Sommernachtstraum von 1841« ausführlich einen dieser furchterregenden Geisterzüge. Stuck mag Heines Interpretation gekannt haben. Den Zeitgenossen gruselte es vor Stucks Bild. Hier noch einmal eine Aussage von Richard Mutter. Auf seiner wilden Jagd kommen aus beklemmendem Grau glutäugige Gestalten hervor. Zurückgeworfene Häupter, aufgerissene Mäuler, in Raserei geschwungene Arme. Auf Tiergerippen reiten die Nachtgespenster heran. Ganz vorn blinkt der blanke Schädel eines Pferdes und darüber das in Mordwut verzerrte Gesicht des Gott sei bei uns, der in wahnsinniger Hast mit eckig zurückgebogenem Arm die Peitsche schwingt.